So, der Kakao ist aufgesetzt, der Kaffee ist auch gleich durch, dann wollen wir nochmal den Schlagrahm fertig schlagen, nicht? Uiuiui, also ich mag's ja, wenn hier was los ist in der Küche. Oh, mit Zucker, mit Zucker. So jetzt. Uiui, die Drula-Milch. Ja, die wäsch da, lang nicht hin, das kann dir den Finger einzücheln. Sag mal, warum wird denn die Milch so, so, so fest? Du, das ist ja kein Milch, das ist ein Rahm. Ah, und welches dir gibt den Rahm? Auch die Kuh. Der Rahm kommt von der Milch, der wird oben abgeschöpft. Ah, und warum wird das so fest, vor Schreck, weil du so schwirrst, wird das vor Schreck fest? Nein, weil sich der Rahm mit der Luft vermischt und das gibt dann einen Schaum, ne? Du, das sieht sehr schön aus, das sieht wunderbar aus, wie, wie Watte. Oh, da möchte ich gern meinen Kopf reinlegen. Aber geh, das ist doch nichts zum Reinlegen, das ist was zum Essen. Oh, zum Essen ist das? Ja, sicher. Dann, dann muss ich sofort probieren. Geh doch mal bitte mit deinem Propeller da weg. Moment, erst muss es fertig sein, so. Komm, lass mich mal rein mit den Fingern, tu mal deinen Propeller da weg. Nein, du, tu dir erst einmal die Hände waschen, gell? Die haben mich doch erst gestern gewaschen. Okay, ja, gestern. Jetzt geh hin und wasch dir die Hände. Und merkt ihr das immer, wenn man in Lebensmitteln reinklangt, in Butter oder in Schlagraben oder in Marmelade, dann muss man sich die Finger waschen. Naja, dass du immer an mir rumwerziehen musst. Ja, mach das einmal zum Koboldgesetz, dann brauch ich das nicht immer sagen. Ah, Koboldsgesetz, das passt ja gar nicht zusammen, Kobold und Waschen. Das wird nie ein Gesetz. Hast deine Hände jetzt gewaschen? Ja, so ungefähr. So, jetzt geh mal weg da, jetzt lass mich mal probieren. Ja, ist ja gut. Na? Oh! Um Gottes Willen, was hast du denn? Ist das gut? Das weiß ich schon, dass das gut ist. Oh, muss ich sofort nochmal probieren? Ja, einmal noch, sonst wird es ja schlecht, gell? Schlecht werden kannst du mir davon nicht. Natürlich kann es ja schlecht werden. Weil ein Kobold wird von was Gutem nur gut. Okay. Und von was Besserem wird ihm noch besser. Okay, hör doch auf. Und von was Ausgezeichnetem wird ihm ganz ausgebessert. Ja, ja, das meinst du. Gerade wenn man viel Gutes isst, dann wird es einem erst recht schlecht. So, jetzt hol ich den Kaffee. Komm, bitteschön, jetzt hör doch mal auf da. Das kann man gar nicht sehen. So. 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 Vielen Dank.